Naja, im Griechen ist er ja langsamer als ich. Ich habe ihn nicht geholfen, aber ich habe ihn nicht geholfen. Hell yeah! Die brennen alle runter. Nee, ich glaube das ist auch viel was mit meiner Pistole, die da kaputt macht. Ja, aber du siehst ja, dass die auch brennen. Also es ist nicht, dass ich daneben schieße. Sind mit einem Raketenwerfer auch nie so schwer daneben zu schießen. Vor allem bei Zombies. Oh, genau, meine ich ja. Schwerer Treffer! So, äh, theoretisch müssten wir da lang, aber da... kommen wir glaube ich nicht wirklich weiter. Nee doch, wir müssen da genau außenrum enden mal. Yay, laufen! Fitness wird hier groß geschrieben, wa? Ja, wenn die Zombies schon hier haben... Wuh! Oh, das hat weh getan! Oh! 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 das hab ich jetzt mach halt drüben ist ne Hütte vielleicht da was drin ist du behältst eine mehr zum anderen ich lass den Zombie einfach weiter laufen der läuft gut dort lang ne macht er nämlich nie ich lass nie das halt dann auch so oh Mann den wollte ich grad erlegen ich will mal's alleine machen ey habst du da schon aufgescheucht da musst du ja da nicht rein oh ich hab Rocket Launcher aufgenommen für mich grad so oft oh aber der hatte nur 500 Schaden mh 11.000 du wärst ein Zombie ey hier ist der Rocket Launcher ja hat er Aua 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 Zombies Aua 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 Wir sind da rüber Na genau Aua Mach mal ruhig den Marco ist immer noch hier hinten Aua 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 Ich beschwere mich nie Ich musste ganz anlegen gegen den was war das Leipzig? gegen den krassen Kämpfe? Aua Och die mach ich ja auch platt Ich beschwere mich bloß wenn ihr dann sagt Aua wir haben so viel zu tun gehabt wir kommen gar nicht voran Aua 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 Aber jetzt bist du hinten Felix Markus uns wieder Ja ja Ich merk's Hier geht nämlich gleich die Story weiter Ja die haben vielleicht eher getroffen von den Leuten Aua 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 Ich halt einfach nur rein Gün 600 Ich vaccination Abschlu� Aua K komische Aua — Ja Aua 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 Das hat sicher wehgetan. Ich komme von dahinten immer wieder neu. Ja, aber Benny hat gerade was übeles Gutes gefunden, würde ich meinen. Wieso? Ich habe nur was blaues. Ne, das war gerade mal 4000 was wert oder sowas. Ne, 7000 was wert. Hier gehts weiter Felix. Ja. Oh, hier gibt es Munition, die kann ich gebrauchen. Ich habe gerade einen Sniper ausgerüstet, scheiß Idee. Wartet ihr mal kurz irgendwie in Safed? Na, klar. Kann ich mal ganz, ganz. Würde ich denn nur, dass du auf der Map in Safed bist? Irgendwo stehen bleibst. Wartet mal wieder. Mach da einfach, ich schieße bloß noch Kombis ab. Aua, oder auch nie. Ja, das ist gerade mal vielfältig. So, ich bin wieder da. Ich bin einfach nur einer links und einer rechts auf die Seite rausgekommen. Ich habe ja durch und zu durchgeguckt und plötzlich waren er drei. Okay. Wirst du dann im Video sehen. Und ich guck so. Hä? Na, den Treffer. Und dann daneben, 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 daneben. Wurde es dann mal plötzlich machen. Nur weil ich nie Host bin. Jaja. Hier müssen wir hin. Hut ab. Du hast es lebend hierher geschafft. Ich schicke dir den Lift. Kann aber ne Weile dauern, bis ich das alte Ding per Hand zu dir runtergeschraubt hab. Vielleicht magst du die Schädelfresser abknallen, die da am Anmarsch sind. Fynn ist das cusat und du. Wirklich kaffee. Hau. Ich bin ja gewiss. Guck. Ich mach so schnell die Weile! Hier ist so ein scheiß Ding. So ein fettes. Ich konnte immer nie weg. Wie schnell weg ... Ich krieg einfach weg... puh ... Ah, ein Tenkenstein. Ja, genau. Ich werde immer so fass, dass mich gescheuert ist. Ich bin fast tot. Mir ist das nicht egal! Danke! Alter, was ich hatte hier, ey. Wow, vor allem der Lift, der bewegt mich fast doch. Ach, du siehst mir das halt. Wir haben irgendwie diesen knallharten Tankenstein hier irgendwo rumliegen, ne? Ja, ja, ich bin zu verdankt. Andere soll ich nicht. Weil die liegen ja auch nicht. Genießt. Ja, darum geht's damit. Machen wir dann. Lalalalalala. Ja, grille dich selber. Oh, nein. Ich hole dich auf. Halt auf. Ja, Sepp. Ich guck gerade so hinweg, dass die da oben ist, oder? Oh, das hat wehgetan. Kommen wir dann überhaupt noch zu off-summeln von dem Zeug? Ja, ja, kommen wir. Der hat einen Revolver getroffen. Okay, nehm ich das mal mit. Oh, toll. Wind, boah. Wissen Sie das große? Das hab ich schon gekillt. Die große ist ja tatsächlich noch was hinten. Ja. Ja. Was haben wir hier? Hier ist noch ein blauer, blaues Sniper. Revolver. 18 zu. Nehm ich. Mal kurz gucken, was mit dem Revolver ist. 13.000. 13.000. Ich hab schon einen Revolver, der 32.000 wert ist. Unendlich Feuerkraft. Zieh noch. Das Ding hat plus 13 regenerierte Munition. Ich seh, wie kriegst du denn das alle? Den Revolver, den kriegst du nicht alle. Der hat eine 1,3er Schussfrequenz. Die Fähigkeit alleine plus deine noch, das geht gar nicht. Den kriegst du nicht alle. Das krieg ich ja jetzt schon den Revolver nicht alle. Hat das hier in der Kopf? Da ist nichts mehr, würde ich sagen. Also Waffenhammer alle. Würdest du sagen? Nichts wertvolles mehr. Ich bin hier der Sammler. Waffenhammer aber alle und Schilder. Nur noch Munition. Habt ihr ein Schild gefunden? Ne, hab ich kein Zauber. Nur geringfügig. Also was hätte ich alles mitgenommen? Also wenn du ein Schild habt, was über 520 hat, dann würde ich mal mich anmelden. Ja, ich auch. Obwohl? Also ich hab eins, aber... Naja, irgendwas man nie benutzt. Also was du nie brauchst. Zusammen ist echt jeden Rotz ein, oder? Du musst dir mal ein Limit setzen, wann du es erst aufschäbst. Dann bist du gleich übelst voll. Übelst voll? Weißt du wie viel in den Tablets wir haben? 40 oder so? Weißt du wie viele Waffen wir gerade alle gedroppt haben? Da Marco hinter dir. Nein Güte. Perfekt. Ich dachte du stehst drin. Das ist das SmartTelab-Trip, glaube ich. Naja. Geh ich zumindest davon aus. Du standst da gerade drin, warum bist du jetzt... Weil da was... Weil da was lag? Amel? Ne, lag nicht. Depp, der fährt endlich wieder runter. No, um Felix zu holen. Na na na, ich bleib mal dabei hier stehen. Und so. Und stopp. Klingt gut. Aber jetzt geht das natürlich übelst schnell, der Aufzug, ne? Naja, dachte ich auch gerade so. So, jetzt stehst du jetzt drin, ja? Ja. Schön. So ein Schlachtfeld da unten. Ich würde sagen, ich habe ein automatisches Snipergewehr gefunden. Wenn ich jetzt aus Versehen runterfalle? Bist du tot. Lachen. Wahrscheinlich habe ich mich da etwas verrannt. Ich bin Arzt. Ich helfe Menschen. Ich wollte doch nur, dass alle okay sind. Ich habe die Zombies erschaffen. Ich war nie so gut wie mein ungebildeter Bruder Seth. Wir sind total unterschiedliche Leute. Ich brauche einen Weg. I'm helping. Dr. Seth, I'm helping. Ah, nee. Ah, schön erst mal. Verkoben. Wenn der Scheiß deine Schmerzen nicht ländert, besuchst du meine Krankenstation abrufe in Jacobs Cove. Das ist ein bisschen teuer. 640 hab ich. Ich muss euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier gibt's ein Level 31er zweiter Schütze-Class-Modmarker. Und warum, Benni? Das, was ich eingesammelt habe, ist alles über 1000. Über 1000? Wir haben bei 10, also wir beide haben bei 10.000 unser Limit gesetzt. Hab ich aber ein Rest raus. Nach dem Level 28er. Aber das war gut. Ich hab ne Explosiv-Bouncing Betty für 10.90. Habt ihr auch weiter, oder? Wenn du einem klapprigen alten Mann helfen willst, der eine Endzeit-Epidemie erschaffen hat, musst du ins alte Krankenhaus hinterm Friedhof bei Jacobs Cove gehen. Du musst eine Probe vom Gegenmittel finden, an dem ich gearbeitet habe. Es basiert auf Skegg-DNA, weil es unter ihnen offenbar keine... Tja, sieh einer an, was die Skank mitgebracht haben. ...klapp dir die Probe und Grink mitgebracht haben. Oh, fast hätte ich's vergessen. Der Schlüssel zum Tor des Krankenhausgeländes ist schon lange verschwunden, aber es gibt einen anderen Zugang, einen gruseligeren. Such nach dem alten Grabstein am Strand, der da nicht hinzugehören scheint. Oh mein Gott. Eben, ihr geht jetzt noch schnell. Ich bleib beim Dr. Fred. Tja, nur zu, die Zombies reißen sich nicht selbst die Köpfe ab. Nur zu, die Zombies reißen sich nicht selbst die Köpfe ab. Kannst du denn drauf springen? Ey, seit ich hab ohne mich... Ja, kann du denn drauf springen. Ja, hab ich mir auch grad so überlegt. Grad so, ey, weißt du, das Ding endet hier, ich kann nicht weiter draus. Ach, weiter vor kannst du nicht, ist ja auch mal geil. Und jetzt, endlich hier oben. Kannst du nie hier weiter nach vorne runter? Ne, ich glaub, da kämpfst du auch nämlich aus dem Griff nicht mehr gut raus. Ne, ich mein auch drückend zur Seite oder so, und halt ins Level springen. Hier geht's. Ne. Lol, na geiler Bug. Doch, hier. Ich bin jetzt irgendwo außerhalb. Ich könnte zwar ewig... LOL! Ich häng fest. Ich häng fest. Du hast, du hast irgendeinen Glitch gefunden, du bist nämlich außerhalb des Levels. Und du bist tot wahrscheinlich gleich, oder? Nö. Oder du findest jetzt irgendein komisches Easter Egg. Wartet dir mal kurz auf der einen Seite, ich muss mal kurz um die... Ne, wir müssen hier wieder zu dir... Ne, wir können ja in der Richtung gehen. Könnt ihr einfach warten. Der übel ist nett. Ne, wir sind zu ungeduld, wir können hier warten. Das geht nicht. Ne. Ist klar. General Rallye Hospital. Jakobskurve. Genau. Und General Rallye Hospital. Wow, hier sind ein Haufen Zombies. Logisch. Sind alle wieder da. Wenn er einfach vorbei ist. Die respawnen, ja. Also, ich glaube hier in der DLC ist wirklich sowas, die unendlich spawnen. Ich bin schon unten. Ich bin schon unten. Wo seid ihr denn jetzt genau? Hier. Da wo die Pfeile drüber stehen. Ich bin... Ich bin bei der Brücke. Du musst zu uns. Ja, ich bin bei der Brücke. Hui. Hilft jetzt alles nichts. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Lalalalalala. Bin da. Hm hm. Oh, Waffenkiste. Waffenkiste. Fette Waffenkiste sogar noch. Sniper und Schrotflinter. Ein blaues Sniper. Super. Super. Damit hab ich nicht gerechnet. Höchst irgendwie tief gegen Haut. Aber ist 45.000 wert? Da fuck. Will jemand das... Die Schrotflinter nehmen? Ich will sie nicht. Überlege. Nee, warte mal. Nee, warte mal. Nee, warte mal. Also bloß zum Verkaufen. Ja, bloß drei Waffen? Nee. Nee. Ähm. Okay. Warum gehen meine Granaten hier hoch? Ich weiß nicht, was du viele Granaten hast. Vielleicht Kontaktgranaten? Ich bin halt nie hochgegangen. Hast du nur keine geworfen, würd ich behaupten. Denkst du an ihn bei Mantica? Nee. Wird verworfen. Sicher. Oh ne lila Sniper. Uhuhuhuhu. 48.000. Wird ja immer besser. Oh mein Gott. Was sagst du da? Oh mein Gott. Das ist einfach... Das wird immer besser. Immer besser. Irgendwann seid ihr dran. Dann kriegt ihr den ganzen Quatsch. Irgendwann. Irgendwann. Random Loot ist random, sag ich da bloß. Random, wenn das immer priodisch kommt? Nee, das ist Zufall, das ausgewirft wird eigentlich. Ausgewirft? Ja. Äh, ich hab ein Sniper mit 425 Schaden aufgesammelt. Mein Beste ist bei 318. Hab jetzt aber in... Ist ja wie Weihnachten! Nee, kannst du... Nö, behalt. Ich hab ein 45.000er und ein 48.000er grad aufgesammelt. Kannst ruhig das Sniper behalten. Ach in dem. Ich blieb bloß gerade welche ich jetzt zuerst benutze. Ich glaub das was genauer ist, aber das macht nie so viel Schaden. Nö ja, okay.